Lektion 1. Woher kommst du? Hallo. Hi. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Gut. Sprichst du Englisch? Ein bisschen. Bist du Amerikaner? Ja, ich bin. Wo kommen sie her? Ich komme aus Kanada. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich, sie kennenzulernen. Lektion 2. Sprechen sie Englisch? Entschuldigung, sind sie Amerikaner? Nein. Sprichst sie Englisch? Ein wenig, aber nicht sehr gut. Wie lange bist du schon hier? Zwei Monate. Was machst du beruflich? Ich bin Student. Und du? Ich bin auch Student. Lektion 3. Wie ist dein Name? Entschuldigung, wie heißt du? Mein Name ist Angela. Welches ist deines? Mein Name ist Patrick. Du sprichst sehr gut Englisch. Danke dir. Weißt du, wie spät es ist? Ja, es ist 17.10 Uhr. Was hast du gesagt? Ich sagte, es sei 17.10 Uhr. Vielen Dank. Gern geschehen. Lektion 4. Nach dem Wegfragen Hallo, Paul. Hallo, Jessica. Was ist los? Ich suche den Flughafen. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Nein, Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann mit der U-Bahn zum Flughafen fahren. Weißt du, wo die U-Bahn ist? Es ist da drüben. Woher? Ich sehe es nicht. Über die Straße. Oh, jetzt sehe ich es. Vielen Dank. Kein Problem. Weißt du, ob es hier in der Nähe eine Toilette gibt? Ja, hier ist einer. Es ist im Laden. Danke dir. Wiedersehen. Tschüss. Lektion 5. Ich habe Hunger. Hallo, Sarah. Wie geht es dir? Gut. Wie geht es dir? Was möchten Sie tun? Ich habe hungrig. Ich möchte etwas essen. Wohin willst du gehen? Ich möchte in ein italienisches Restaurant gehen. Welche Art von italienischem Essen magst du? Ich mag Spaghetti. Magst du Spaghetti? Nein, habe ich nicht. Aber ich mag Pizza. Lektion 6. Möchten Sie etwas zu trinken? Möchtest du etwas essen? Möchtest du etwas essen? Nein, ich bin satt. Möchtest du etwas zu trinken? Ja, ich möchte einen Kaffee. Tut mir leid. Ich habe keinen Kaffee. Das ist okay. Ich nehme ein Glas Wasser. Ein kleines Glas oder ein großes? Klein bitte. Bitteschön. Vielen Dank. Gern geschehen. Lektion 7. Das ist zu spät. John, möchtest du mit mir etwas essen? Wenn. Um 10 Uhr. 10 Uhr morgens? Nein, nachts. Entschuldigung. Das ist zu spät. Normalerweise gehe ich gegen 22 Uhr ins Bett. Okay. Wie wäre es mit 13 Uhr 30? Nein, das ist zu früh. Da bin ich noch auf der Arbeit. Wie wäre es mit 17 Uhr? Das ist gut. Okay. Wir sehen uns dann. In Ordnung. Wiedersehen. Lektion 8. Eine Zeit für das Treffen auswählen. John, möchtest du mit mir zu Abend essen? Ja, das wäre nett. Wann möchtest du gehen? Ist heute okay? Tut mir leid. Ich kann heute nicht gehen. Wie sieht es mit morgen Abend aus? Okay. Wie viel Uhr? Ist 21 Uhr in Ordnung? Ich denke, das ist zu spät. Ist 18 Uhr in Ordnung? Ja, das ist gut. Wo würdest du gerne hingehen? Das italienische Restaurant in der 5TH Street. Oh, ich mag dieses Restaurant nicht. Ich möchte nicht dorthin gehen. Wie wäre es mit dem koreanischen Restaurant daneben? Okay. Ich mag diesen Ort. Lektion 8. Eine Zeit für das Treffen auswählen. Hallo, Marc. Hi. Was haben Sie heute vor? Ich bin noch nicht sicher. Möchten Sie mit mir zu Mittag essen? Ja, wenn. Ist 11 Uhr 30 in Ordnung? Entschuldigung. Ich habe dich nicht gehört. Könntest du das bitte wiederholen? Ich sagte, 11 Uhr 30. Oh, dann bin ich beschäftigt. Können wir uns etwas später treffen? Okay. Wie wäre es mit 12 Uhr 30? Woher? Wie wäre es mit Bilzmeeresfrüchte-Restaurant? Ach, wo ist das? Es ist in der 7TH Street. Okay. Wir treffen uns dort. Lektion 10. Essen bestellen. Hallo, Sir. Willkommen im French Garden Restaurant. Wie viele? Einer. Genau da lang. Bitte nehmen Sie Platz. Ihre Kellnerin wird gleich bei Ihnen sein. Hallo, mein Herr. Möchten Sie jetzt bestellen? Ja, bitte. Was möchten Sie trinken? Was hast du? Wir haben Mineralwasser, Saft und Cola. Ich nehme bitte eine Flasche Wasser. Was möchten Sie essen? Ich nehme ein Thunfisch-Sandwich und eine Schüssel Gemüsesuppe. Danke fürs Zuschauen. Und bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Tschüss. 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 Vielen Dank.